Ich schuf diesen Test, damit die Menschen mit sich zufrieden sind. Er ist extrem leicht. Folgt einfach den Pfeilen. Ah, okay. Also wieder mit runter und hoch springen und... Zu dumm. Es gibt keine Pfeile mehr. Viel Glück. Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin, okay. Ich guck dir grad mal zu, weil ich hab da oben ja kein Bild. Ja, und ich hab hier keine Ahnung. Hm. Ich... Ich werd ja auch einfach hochkatapultiert von nem Schissding. Lauf ich jetzt runter? Ich lauf grad runter. Okay, du musst einfach das gleiche machen wie ich. Ja, und weiter? Ja, komm erstmal auf. Äh... Ja, ja, hab ich schon. So. Jetzt setzt du dein anderes da oben hin. Hallo. Ja, 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 ja. Na ja, kommst du her? Achso, stimmt. Ach, ich komm noch nicht so ganz auf die ganzen... ...auf das Rumgedreherei. Oh, 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 oh. Ah, das verwirrt mich noch ein bisschen. Yo, passt aber. Hä? Jetzt sind wir schon wieder hier. Das sieht ja mal irgendwie anders aus als grad eben. Hm, Fragis, Wien. Ich komm mal da runter. Soll ich einfach mal runterspringen? Ach, du bist wahrscheinlich schon längst unten, ja. Ja, schon heiße. Hm. Okay, also ist das schon mal nix. Euer Versagen generiert keine neuen Daten. Es verzögert nur das Unvermeidliche. So. Hallo. Ich hab's auch. Ja, passt halt. Vorsicht, nicht ins Wasser. Scheiße. Das war falsch. Warum? So. Goodie. Dann... ...müssen wir jetzt... ...irgendwie... ...irgendwie... Hm. Ja, was müssen wir jetzt machen? Ja, ich bin... ...hier müssen wir runter. Ach, wir müssen ja hier run... ...nö, runterspringen. Wir müssen irgendwie... Ach, jetzt weiß ich. Mach du mal da oben dein Portal denn? Dein... ...so und dann springt man hier... ...unten runter. Ja, springen ist schwierig. Ne, mach doch einfach dein Portal weg. Was hab ich denn da? Das Blaue? Ja. Äh, wo setz ich das nochmal hin? Da. Wuii! Autsch. Warte. Jetzt musst du gleich zwei Portal hier hinmachen. So. Ach nee, stimmt. Ja. Nein, das ist irgendwie schwachsinnig, weil ich hab ja den... Ah, okay. So. Ich habe. Yeah. Das ist mal auch sehr nice. Wuuu. Glückwunsch. Herzlich willkommen. Ihr Erfolg bei diesem Test beweist, dass die Menschen Unrecht hatten. Sie hielten ihn für undurchführbar, tödlich, grausam. Und ein Testsubjekt bezeichnete ihn sogar als defekt. Natürlich hatten die Menschen stets nur eine einzige Chance, während ihr es immer wieder versuchen könnt. Ja, das ist allerdings richtig. Ja. Das stimmt. Das ist einfach... Ist ja alles rot. Ach so, ich guck deinen komischen Eierkorb hier an, der gerade auseinandergeborkelt. 79 cm groß. Die menschlichen Testsubjekte forderten für den nächsten Test Helme, um Herrnverletzungen vorzubeugen. Ich wählte die kostengünstigere Variante, tödliche Schmiere. Ja, das springt mal. Ah, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hey, wieder da. Das hat sehr getracht. Warte mal, was war ich jetzt mal? Aha. Ja, dann setzt du jetzt mal hier im Portal hin. Ja, aber dann fliegst du wieder hier runter. Erstmal reicht er. Das ist gut. Siehste? Ach so. Hallo. Wir brauchen einfach diesen Traktorschrall da. Hey, Alter, Traktor. Oh. Oh. Cool. Ja, ja. Wie kommen wir denn jetzt weiter? Das ist eine andere Sache. Wo müssen wir eigentlich überhaupt hin? Ja, wo müssen wir hin? Ich möchte noch ganz kurz Zeit umgucken. Ja, mach das. Was ist denn da oben jetzt alles für ein Scheiß? Da ist es ja eigentlich nur... Ja, wir müssen da den Traktorstrahl irgendwie hinkriegen, dass wir da dann drauf laufen können. Ja. Au. Ach, warte mal. Mach du mal kurz deine zwei Portale hin. Ach so, nee, warte. Oder... Aua. So. Ich bin schon mal hier oben. Aha. Dann müssen wir da hin, irgendwie. Ach so. So, kommst du? Ja, wenn du mir jetzt nochmal ganz kurz dir helfen könntest. Äh, ja, warte. Bist du oben? Yep. Perfect. Dann, Komma. Warte. Genau. Böde. So. Dann, lau, Forrest. Oh, ich fass ab. Ich hab's gerade gesehen. Ich mach hier auch noch Geschichten. Puh, da hatte ich gerade... Das war aber auch ne coole Sache. Aber weiter geht's. Ach du liebe Zeit. Hahaha. Wo bist du? Da kommst du nicht durch. Das geht ja gar nicht. Hä? Wollen wir fahren? Ja. Sind wir sofort fertig hier. Wenn wir das gleich verstanden haben eventuell. Warum machst denn du hier so ein schräges Ding hin? Ich weiß nicht. Aber wenn ihr jetzt sowieso fahren müsst, dann lohnt es sich ja jetzt gar nicht weiterzumachen. Ja. Das stimmt wiederum. Gehensweise ja gut, jetzt müssen wir die Kammer noch eben fertig machen. Genau. Können wir da das nächste Mal einsteigen. Genau. Okay. Ja, du musst dich irgendwie da rüber katapultieren lassen. Warte mal, ich hab da so einen halben Plan hab ich. Einen halben? Einen halben. Einen ganz halben. Das ist immer eine Katastrophe, wenn du einen halben Plan hast. Also ich könnte jetzt erstmal hier runter. Das bringt mir aber insofern... Überhaupt nix. Das war ja clever. Das war ja clever. Das war nicht so clever. So, warte mal. Wenn man da eins hinmacht und da eins hinmacht. Kommt man da schon mal ein Auf. Wir kommen da nur nicht drauf. Hä? Das ist richtig. Kann man da oben irgendwas... Ne, im Prinzip guckst du nur hier runter. Ah, so geht das. Naja, da war ich da auf, Mannschott. Jaja. Das ist ja alles coolio. So soll dat ja sein. Ähm, so. Das bringt jetzt aber grad nix hier, ne? Hm. Ach so. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. So, jetzt mach du mal Portal hier hinten. Warte. Oder warte, mach du deins auf die andere Seite und ich setz meins hier hinten. Ah. Hast du schon. Ja, hab ich schon. Ja, ich bin schon wieder nicht ganz auf der Höhe. Aber irgendwie... Oh, jetzt sind wir ja beide hier. Hm. Aber wir haben... Das ist ein Teil dabei, was uns jetzt irgendwie auch nicht weiterhilft. Ne, ne? Ah, wie muss man das denn machen? Weil wir können uns eigentlich nur darüber katapultieren lassen. Kommen wir eigentlich nur hier... Ach, warte mal. Ich hab ja jetzt hier oben eins, äh... Mein blaues. So, dann hau ich mal... Ah, das ist eine knappe Geschichte. Kurz ab. Äh, dann nehm ich mein Lilaniss. Das mach ich hier hin. Juhu! So. Drüben bin ich schon mal. Aha. Okay, dann kann ich... Dann setzt du doch mal... Dann kann ich nämlich hier jetzt, äh... Kannst du mich mal noch rüberholen? Und da. So. Genau. Dann kommst du. Aber das hat uns jetzt immer noch nicht wirklich weitergebracht. Noch nicht viel, aber schon ein bisschen. Wir müssen nämlich jetzt irgendwie von da unten katapultiert werden, damit wir hier wieder rüberfliegen. Ne, also wir müssen da unten irgendwie noch ein Portal und dann hier ein Portal. Damit wir dann da hochkommen. Ach so, warte mal. Machst du deins jetzt hier? Äh, und... Wat? Guck mal, jetzt kannst du da in die Mitte. Da springen wir hier drauf. Da drauf springen. Ja. So, und jetzt? Lauf mal da rüber. Genau. Warte. Jetzt bring mich nicht um. Jetzt gehst du wieder zurück. Jetzt kannst du deins da unten an die... Also das Heldetblaue kannst du jetzt da unten dran setzen. So. Jetzt müsstest du da hinten. Juhu! So, Mazda. Da haben wir es doch schon. Jetzt musst du mich nur noch darüber bringen. Oh, weia. Genau die, die gleiche Art. So, kommst du. Äh, welches muss ich denn jetzt weg machen? Das Heldblaue. Ist im Prinzip egal, ich stehe ja sicher. Ach so. So. Juhu! Da ist er. Jawohl. Dann haben wir es doch gepackt, ey. Damit alles noch aufregender wäre. War doch gar nicht so schwer. War doch gar nicht so schwer. Warte ich die Montageeinheit euch nicht neu zu montieren. Silly. Juhu!